So, Last Man Standing. Last Man Standing. So, jetzt konzentrieren, Jungs. Fängt schon gut an. Oh. Ich muss sagen, top der Torwart. Nee, nee, nee. Ich habe mit dem Rückpass gar nicht gerechnet. Ja, das hat man gerechnet. Ja, nice. Ey, das läuft ja spitzenmäßig gerade. Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich bin da alleine auf der... Ach, nein. Du hast aber heute auch ein Pech. Ey, aber brutal, gell? Ja, heute ist echt schlimm. Ihr wart ganz rechts, wenn du willst. Okay, hat sich ja liegt, hat sich ja liegt. Jetzt renne ich mal. Ach, bist gar nicht der Rote da vorne mit der Fahne. Nee, nicht ganz. Komm. Start. Ja, ja, ja. Was für ein Baba-Pass. Das war stark. Kev, ganz stark da. Sehr, sehr stark. Schieß selber, schieß selber, schieß selber. Nein, warum soll ich denn selber schießen? Der Rote war doch super freigelaufen. Das ist kurz, der war komplett frei. Ja, ich hab's jetzt... Ja, no, so stark. Mega. Bam, 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 bam. Überragende Vorlage und überragendes Tor. Das ist wohl dein Spiel jetzt gerade, Daniel. Geile Vorlage vorher und jetzt Tor. Guck's dir an da. Ja, wirklich, das ist brutal. Man merkt, dass du heute geskillt hast. Ja, man merkt auch jetzt, dass ich endlich wieder eine vernünftige Position spiele in diesem Verein hier. Ja, ja, ja. Nein, 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 nein. Doch, kommt gut. Guck's dir an. Guck es dir an. Ab heute nennst du mich nur noch Maestro. Nenn mich Maestro, bitte. Ab heute nur noch Maestro. Die Flanke war sogar noch geil. Und der Abschluss war auch geil. Sehr, sehr stark, Max. Flanken war ein Fiefer 1, zwar schon mies ungefähr. Aber ich finde, dass Max und ich das da vorne gut machen. Ich glaube, wir ergänzen es sehr, sehr gut. Stark, stark. Jetzt belohne ich aber auch. Ich wollte eigentlich ganz durchsetzen, aber er hat es nicht gemacht. Ich wollte zu gelb. Also ihr könnt euch jetzt ja entscheiden, wer den Elfmeter kriegt. Wollte ich nur sagen. Torwart. Torwart. Ich kann es nicht ändern. Ich lasse, ne. Er macht doch scheißegal. Er schießt selber. Unten rechts. Ich habe gar nicht. Ich bin das gar nicht. Ich wollte gerade schießen. Aber trotzdem stark gespielt, hab ich da. Stark. Ich wollte zu roh. Warum denn du dich jetzt anvisieren? Ja, weil du direkt neben mir bist. Ich hatte den Fokus. Ja, aber ich habe ja 0,0. Ich habe ja wirklich extra nach links gezeigt. Und er spielt nach rechts. Das nervt. Hast du jemals gesehen, dass bei FIFA was so funktioniert, wie du das eingehst? Eben nicht. Das nervt er. Deshalb bist du das Spiel auch im März tot. Deswegen drück einfach mal das, was du nicht drücken willst. Habe ich vorhin, habe ich einen Lupfer gemacht, wo mich jeder wie es mir unbedingt gönnen wollte. Ich glaube, du bist so ein bisschen wie Timo Werner. Ich glaube, er ist so wie Timo Werner mit deinen Investments Anfang vom Jahr, oder? Wir verlieren jetzt gerade ein bisschen den Fokus und das Spiel aus der Hand. Wir müssen uns mal wieder ein bisschen mehr konzentrieren, gerade wenn ich's. Kommt, kommt. Randa, 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 randa. Lass dich nicht laufen. Ja, oh. Okay. Jetzt müssen wir aber mal wieder wirklich Fokus legen, bitte. Der ist stark da. Stark. Ja, ich krieg nie den Ball. Oh. Der war so frei, der Bruder. Aber den muss man, den muss man aber auch dann eigentlich machen, ne? Auf null Vorwurf angelehnt. Ja, da regelt er es wieder, aber richtig schöner Ball da. Stark gemacht. Ich spür die Action zwischen euch. Sehr gut. Und guck mal. Ja, ich glaube, das sehe ich nicht. Krass gehalten, ey. So, bon, GG. Ufstieg. Also heute, Jungs, um mal ganz kurz eine Kabineansprache zu machen. Der Rubin hat extra für euch die scheiß Heizung angemacht, damit eure Schwinge gut schwingen. Bello ist mit Eisenstollen dabei. Irgendjemand hat sein Ding vergessen, seine Stützen. Schienbeinschoner. Schienbeinschoner. Also, wir haben keine guten Vorzeichen. Ich will aber, dass ihr alle mit eurem, mit George zusammen, einen Wound-House-Kick in die nächste Liga macht. Habt ihr verstanden? Und nächstes Mal bitte Schuhe putzen. Ja. Das war eine Katastrophe. Ich darf nachher Rubina alles wieder aufputzen. Super. Und was ist heute das Motto ab jetzt? Der Letzte, der Schlechteste. Was macht er? Rekorswaschen. Rekorswaschen. Wenn die nachher nach Scheiße riechen, dann wird gekündigt. Sag doch einfach, dass du ein Dauer-Abo an der Waschmaschine haben möchtest. Nee. Das Gute ist, ja, wenn ich waschen muss, putzt seine Frau. Alter, der Waschmaschine. Mach nix. Ich muss eh mal zur Waschstraße. Guten Tag, Max. Guten Tag. Und der erste Schlaganfall ist schon da. Jetzt kommt. Ich lobe. Ich lobe. Ey, ich habe ein gutes Spiel. Ein taktisches, gutes Spiel. Stark. Alter, George ist die Nummer 1. Jetzt, jetzt, jetzt. Komm, Tom. Jawohl. Ja. Ey. Der Schiri pfeift nicht. Ich packe es nicht, Alter. Ich würde gerne demonstrieren. Können wir demonstrieren? Komm runter vom Platz. Gekauftes Spiel, Alter. Ich bin wie gegen Bayern. Da lext die Nieder, oh. Ey, lass doch mal die Bayern in Ruhe. Verdammte Scheiße. Oh, jawohl. Das muss das 1-0 sein, Männers. Oh, ja, ja, ja. Komm, komm, komm. Bello. Oh. Das war kein Stöckchen. Das war die Latte. Oh, stark. Stark da der Torwart. Stark, stark, stark. Weltklasse der Torwart. Aber ey, wir haben das Spiel im Griff eigentlich, finde ich. Weil die hatten jetzt eine ganz große Aktion. Da wo. Ja, wir hätten zwei, drei Tore hätten wir auf jeden Fall machen müssen eigentlich, ne? Ja. Die sind auf jeden Fall gut. Also, wenn wir einen Unentschieden rausholen, dann sind wir echt. Ich will den Sieg. Ja. Kommt, kommt, kommt. Aber gerade kriegen wir irgendwie nix nach vorne. Wir kriegen jetzt gerade gar nix mehr nach vorne. Schön zustellen da. Zustellen, die Räume zustellen. Jetzt. Oh. Stark. Ja, stark. Das war stark. Das war richtig. Das war richtig. Ja, da ist schon ein komplett frei. Nein. Passiert, weiter. Schade, ey. GG, Männer. 1-0 verloren, Alter. Aber die waren auch gut, muss man sagen. Ja. Ich spiel noch ein Spiel mit. Ich spiel noch so zu machen. Okay, Männer. Auf im Spiel ist vorbei. Komm, Jungs. Buscht euch. Sehr gut, Torwart da. Jo, alles gut. Alles gut. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Schick? Nee. Genug. Ich bin noch der Masse. Ja. Da war es. Oder so. Ja. Stark. Ja. Geil. Endlich. Einmal Fußball gespielt. Und schon schießen wir ein Tor. Let's go. Da kommt wieder ein Torwart im Tor. So. Stark. Nimm den Wort mit. Schade. Das war ein Pass. Aber. 1-A-Pass. Wirklich. Ich habe die Tasten für den Lopfer schon wieder gehört. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Das sieht man, glaube ich, sogar unten im Video dann, dass ich da gerade auf Passen getrückt habe. Ich springe den so Richtung Elferpunkt, ja? Mhm. Ja, schade. Und außen läuft. Das war ein bisschen zu überrascht. Boah, stark da der Kapitän. Ja. Schön. Abschluss. Ja, ist ein ganz witziger. Das klappt halt auch noch. Ja, stark, stark, stark. Ja, magst du nicht so aus? Dummen Tod rausgekommen, ey. Also, wenn man so ist... Das klappt. Boah. 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 So dumm. Ich finde es halt schade, weil das ganze Spiel so an sich in dem Moment kaputt macht. Ja, das war eigentlich ein gutes Spiel, ne? Ja. So schlecht fand ich die jetzt gar nicht eigentlich. Nee, die waren auch nicht schlecht, aber wir waren halt genauso gut, mindestens. Dann kriege ich den Ball, ich will auch meinen Tucken. Sorry. Alles gut. Tschüss. Ja, da gönnt der Maxwell nicht. Alles für die Skillpunkte. Jetzt. Jawoll. Ja, wenn die so dumm sind, muss bestraft werden. Keine Gnade zeigen. Jawoll. Start, Jungs. Boah, das war aber auch ein hartes Spiel. Die haben wir an der Wand gespielt, Madders. Ja, genau so wie ich es sein muss. Ihr Spiele für zwei Punkte sollte machbar sein. Denke ich auch. Für die Fisch. Für die Fisch. Für die Fisch.